Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Repentants. Heute geht es weiter, weiter, weiter in ein neues Gefecht. So, und zwar, das könnt ihr ignorieren, da muss ich ein bisschen was ausprobieren, so. Äh, was machen wir denn heute? Wir haben das letzte Mal versucht mit The Lost irgendwas. Ah, The Lost, du Linn, ey. The Lost. Wir gehen wieder rein, The Lost. The Lost is my man. We do things. Und tschüss. So. So wird das gemacht hier. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, ob ich hier überhaupt irgendwas sehe. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Aber ich möchte The Beast schaffen. Ich meine, ich habe das letzte Mal den guten Tainted, Tainted Lost freigeschaltet. Das ist schon natürlich super. Ui, hui, 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 gehen sie mal bitte weg. Dankeschön. Danke, danke. So, worauf gehen wir? Angel oder Devil Deals? Ich glaube, ich gehe, ähm, ist eigentlich auch egal. Natürlich wäre Angel Deal gut, Sacred Heart, aber Devil Deal wäre auch gut wegen Grimstone. Lass mich in Ruhe. Geh doch einfach weg. So. Was soll die denn da mit, ey? Nicht. Ich bin erschüttert. Jetzt bin ich enttäuscht. Da bist du. Okay. Hallo? Hallo? Okay. Äh. Für wenn es alte Muceless verlassen. Wart. Oh, shitty. Wenn ich den jetzt nehme. Ja, okay. Aber. Ich kann doch. Ha. Ha. Oh, da sind so viele gute Dinge bei. Aber ich bräuchte auf jeden Fall. Bräuchte ich. Ich wusste es. Ähm. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber, äh, machbar. Wir werden sehen. Sehr gut. Komm, noch ein, noch, noch ein paar Cents, bitte. Noch ein, zwei Cents. Oder vielleicht, vielleicht auch eine Bombe. Eine Bombe wäre toll. Habe ich hier eine, ne. Hier ist ja gar keine Bombe. Ne. Okay. Jetzt wird's, jetzt wird's spannend. Jetzt wird versucht, das Brain anzustrengen. Ähm. Ich werde mal dieses hier machen. Äh. Danach werde ich dieses hier machen. Äh. Okay. Äh. Boah. Wir machen den hier. Okay. Dann machen wir den. Hm. Hm. Okay, 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 okay. Okay. pH Dizzle. Sehr schön. Was haben wir hier? Telepils. Brauche ich nicht. I'm drowsy. Hm. Naja. Das brauche ich auch nicht. Okay. So. 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 Hm. Hm. Doppelte Bomben. Schade. Gut, jetzt brauchen wir noch ein paar Cent. Cent's. Cent's. Speed up. Sehr gut. Okay, 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 okay. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Penunsen. Dich, Kollege, nehme ich einfach mit. Komm. Du schießt Lasers. Lasers sind gut. Bleiben Sie stehen. Das wird schon. Oh, sehr gut. Sehr gut. Das ist gut. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Gut, 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 gut. Ich bin smart. Ich bin smart, smart, smart. Es ist nur nicht vorbei. Oh, stark. Gibt es hier vielleicht noch einen Cent für? Nee. Echt nicht? Nee. Komme ich hier vielleicht... Nein. Okay. Nee, ich glaube, das war es jetzt auch. Aber ich würde sagen, für eine erste Ebene... Für eine erste Ebene ist das ganz okay. Ah. Aber ob die Entscheidungen so gut waren, ne? Ob ich jetzt Black Candle wäre, natürlich wegen Blind, aber... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich jetzt noch gerne hätte, wäre irgendwas Damage-abartiges. Damage ist immer gut. Das ist auch alles wunderbar. Jetzt wünschte ich, ich wünschte ich, ich hätte den... Na, ich weiß nicht. Bin ich in... Ist jetzt... Obwohl... Ach komm. Ach komm. Habe ich Steam Sale? Oh, ich habe Steam Sale mitgenommen. Stark. Hallo? Entschuldigen Sie? Mit wem habe ich es da zu tun? Mit einem Genie, oder? Wir nehmen das jetzt erstmal mit. Gucken, ob wir irgendwann mal sowas kriegen wie... Keine Ahnung. Äh... So... Nicht Soilmilk. Ähm... So... 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 Sofer... Soferino, oder so? Stark. Sehr gut. Immer dran denken, ich habe noch kein Damage, habe noch gar nichts, ne? Also, das ist alles hier gerade so. Nicht auf mich schuten. Hallo? Ha... Entschuldigung. Entschuldigung. Damit warten wir noch kurz. Na klar. Na klar. Was haben wir hier? Okay. So, so, so. Hm... Komm, wir machen noch den hier. Was? Okay. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt voll auf Devil Deals. Ob das gut ist? I don't know. Aber... Probieren geht über Studieren, ne? Okay, der Secret Room muss eindeutig unter dem Goldraum sein. Alles andere wäre... Wäre Mumpids. Ich hoffe, ich kriege einen vernünftigen Frame daraus. Weil das möchte ich gerne auf der nächsten Ebene... Äh... 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 Als Thumbnail haben die... Also... Erste... 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 Erste Ebene... Die... Die... ganzen Items. Das war schon gut. Brauchen wir nix... Äh... Brauchen wir nix zu sagen. Ob das alles richtig war? Keine Ahnung. Aber... Aber... So, machen wir hier nochmal ne Bombe. Schade. Gehen wir mal hier rein. Nur... Nee. Nö. Nee, muss auch nicht. So. Oh, im besten Fall kommt ja auch noch Dingens dazu. Äh... Perfektion. Das heißt, ich kriege... Wow. Ah, ich hab... Ja... Ja, da hätte ich vielleicht... Aber... Okay. Genau, machte... Ist jetzt gut gewesen. Dankeschön. So. Was ist denn los mit euch? Äh... Schade. Sonst gerne beim nächsten Mal vielleicht. Oh, falls ihr euch fragen solltet, warum hat er jetzt, äh, die Bibel mitgenommen? Oder die Bibel des, äh, Buch? Er kann doch gar keinen... Er kann doch gar keinen... Kann doch gar keine Devil Deals... Äh... Kann doch gar kein Leben kriegen. Ich mach das, damit ich auf jeder Ebene ein Devil Deal bekomme. Versteht ihr? Ist voll der smarte Play. Und da ich ja, bei jedem Boss-Fight zwei bekomme, zwei Items, ist es schon ganz gut. Genau, einfach mal gegenseitig kaputt machen. Richtig. So, so. So, so. So, 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 so. Hallo. Tschüss. Tschüss. Schön mit euch. Schön mit euch. Schön mit euch. Schön mit euch. Oh, passe. Sehr gut. Seht ihr? So, haben wir Perfection. Äh... Ja, klar. Warum auch nicht? Was haben wir hier? Wimmerino. Haben wir. Sehr gut. Ausgezeichnet. Wimmerino. Was? Brudi. Jetzt kann ich den schon mal machen. Jetzt gehen wir hier einmal links rüber. Machen den hier. Gehen ganz schnell wieder weg. Otze. Hello. Hey, guys. What's up? Oh. Was war das denn jetzt hier? Das muss auch nicht sein. Hm... Mhm... 10... Es spielt mir alles in die Karten, was hier passiert. Ich meine, 10 Luck. Dann hab ich, also... Hab ich 10? 11 Luck. Entschuldigung. Gleich habe ich zwölf Lack, ich glaube höher geht es auch gar nicht. So, so. Äh. Wie viele fliegen da raus? Drei Stück? Okay. So, gib mir all was du hast, alles was du hast. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Gut. Ich will ja nichts sagen, aber das ist schon gut, ne? Das ist schon gut hier. Das ist schon, äh, gut. Opferse. Specs will see a fly, oh, easy nicht. Schwing, schwing, sehr gut, erster, erster GAPI-Item, ne? Ja. 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 Dich nehm ich noch nicht mit. Aus Gründen. Wow, sind sie Banane. Jetzt muss ich mal gucken. Naja. Okay, okay. Hör mal auf, hier rumzuhampern, mein Freund. Mein Freund. Genau. Ja, ich bin schon Leviathan. Ja, oh. Sech. Ich hab gar nicht mehr so viel Zeit. Fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich hab auf der ersten Ebene ein bisschen getröbelt. Wir machen jetzt schnell durch Lauf. Come on. Weiß ich nicht. Hilfe. Dich. Jawollo. Perfekt. Was ist... Haben wir Two of Spades? Ja, sicher. Ach, Mist. Obwohl, so schlimm ist es gar nicht. Ähm, was bist du? Das ist gut. Das ist alles sehr gut. Das war okay. Das war echt okay. Ich hab einen Plan. Ich hab einen guten Plan. Also Plan ist, wir rennen. so schnell wie können, wie... Wie wir können hier hin. Drücken. Im nächsten Raum The Sun. So. Und jetzt hoffen wir, dass wir unglaublich schnell... Nein, du musst jetzt... Genau. Komm schon. Gib mir, gib mir, gib mir. Nein. Ich möchte jetzt bitte ganz schnell Tinted Scout finden. Oder wie sich das Ding schimpft, ist mir egal. Das ist auch nicht. Okay. Hier auch nicht. Och, Mensch. Lass es doch. Okay. Ach super, jetzt bin ich ja noch traurig. Nee, das hätte jetzt nicht sein müssen, ne? Hätten wir... Hätten wir gönnen können. Schweinerei. Was bist du? Okay. Du darfst mitkommen. Ich hätte ich auch gerne. Oh, ich habe schon. Okay. Oh, natürlich. Ein Lacker. Oh. Oh. Oh, das war stupid. Na, machen wir einfach mal den. Mutter. Ich kriege nicht mal einen Devil-Deal. Das macht mich traurig. Oh. 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 Das macht mich traurig. Oh. Oh. Also. Oh. War alles nichts Da hatte ich kurz Panikattacke Halb vier ist es unser Stears Ich bin, ich bin doch nicht so begeistert Jetzt bin ich, überdenke ich gerade alle meine Entscheidungen Gib mir Du Swansen, Alter Ich hätte Soulful mitnehmen sollen Ist ja richtig Bowing Ich habe neun Leben Okay, ich merke gerade, die neuen Leben bringen mir nur was Ach komm Was hieß das? Einfach mal eincashen Ich glaube, mir fehlt da sowieso noch einiges Ich habe 999 gar nicht voll bekommen, oder? Oh, die Prinzessin Hmm Hmm Ich spüre doch hier irgendwas hinter der Hehehe Oh, tatsächlich Okay, gehen wir da hin Hallo Sonst noch irgendwas Nee, wa? Ja Ich damit Ichì' Ich spüre doch vor Ja Ichoredbe dochしょ Ja Ich bin ja Super Ich bin아니 Ich bin nicht dumm, ich bin nur extrem langsam. Let's go, Bar. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas erreichen, reißen können. Okay, alles klar. Oh mein Gott. Ich bin tot. Danke, Nine Lives. Oh mein Gott. Ich dachte, mich hat zerrissen. Oh mein Gott. Booyah. Ne, ich werde hier jeden Raum, werde ich so exzessiv abgehen. Bis ich Joker finde. Oh ja, ich habe hier auch noch das. Das ist Müll. Mäh. Okay. Das macht mich alles so traurig, Mom. Da brauche ich einfach... Ne, da, genau. Komm, wie ging das noch? Kann man doch irgendwie shooten? Geht doch jetzt rüber. Egal. Geht doch jetzt mal. Bitte, halt die Klappe. Ich habe gerade gar keinen Bock auf dich, dass du redest, Mutter. Gut. Nichts passiert. Nein. Okay. All righty. Nein, okay. Ich habe gerade gedacht so, yeah, vielleicht ist das Spiel dumm. Ei, 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 oi. Da ist ja noch einer. Dicker. Bleib mal locker. Ach, das ist Dagger. Ich habe das gerade verwechselt mit Adalas. Adalas. Jetzt gönn mal. Irgendjemand kann noch eben kurz so eine Joker-Card gönnen. Oh. Sehr gut. beruhig dich bruder kann ich hier unten hängen in der ecke bleiben ohne das mit Okay. Komm schon. Oh, Menno. Ich wollte auch nur ein bisschen übermächtig werden. Ich habe Fehler gemacht. Ja, übertreibt, Alter. Ich kenne sowieso nichts. Wieso halten die Viecher eigentlich so viel aus? Gute Frage, meis Herr. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ach so, da. Ach so. Es war ein Fehler. Kann hier eigentlich noch ein Callspace sein? Ist das irgendjemand? Hallo? Hallo? Boots, boots, boots. Okay. Okay. Hier ist er auch noch. Was ist das? Ne, alles recht uninteressant bis jetzt. Warum denn so viel, Leute? Hä? Jetzt diesen Wolfszahnhunde-Ding oder so. Deswegen, na gut. Oder hier, äh... Wie heißt der Kollege noch? Listen? Hey, listen, dude. Äh, dies... Das Ding von dem... Zelda. Ja, genau. Dankeschön. Nö, nichts. Nö. 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 Okay. Es tut mir leid, dass ich das gerade unnötig in die Länge ziehe. Beim nächsten Mal schneide ich es weg. Oder ich mach's nicht nochmal. Das ist ein Plan. Ja. Ja. Ach, Mutter. Okay. 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 Ja, nehmt das mit. Richtig so? Jetzt wird Pater gemacht, mein Freund. Jetzt wird Pater gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Nimm mit. Nimm, was du kriegen kannst. Und gib nicht zurück. Alte Piraten-Weisheit. We are pirates. Geil, jetzt will ich Kisten haben. Jetzt kommen keine Kisten, oder was? Nein. Oh, es ist zu Ende. Nein. Los. Nimm. Kleiner Mann. Oh, er moonwalkt. Okay. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin gar nicht zufrieden. Ich bin so zero zufrieden, Alter. Nimm das mit. Genau. Gut. Habe ich alles. Ja. Ey, Mognet. Das wird... Das wird... Die nächsten Tage werden für mich sehr schwierig und stressig. Hey. Hey. Er leckt mich doch. Das Licht geht nicht. Nimm das Geld. Was gar nicht mehr so viel ist. Enttäuschend. Das ist auch enttäuschend. Kann ich hier noch randalieren? Das ist mein Scheiß-Problem. Hör auf. Hör auf, mein Freund. Hör auf. Hör auf. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich hier entschuten soll. Hör auf. Ich weiß nicht so ganz, wie ich dem ausweichen kann. Oh, wow. 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 Okay. Okay. Guck mal hier. Bamboo. Typ. Keule. Oh mein Gott. Okay. Bitte? Och, Leute. Sag mal, das kann so nicht weitergehen. Jetzt mach mal was. Mach mal irgendwas Cooles. Oh, ha, hu, haha. Ha. Oh, Gott. Können Sie bitte noch eine Bobbe legen? Dahin? Vielleicht? Maybe? Maybe? Okay. 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 Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ist es fertig? Ja. Oh, ho, ho. Holy McCurronie. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Das ist nicht sein Ernst, oder? Ich habe gedacht, bin ich ganz ehrlich, ich dachte, es ist vorbei. Okay, 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 ich frage mich gerade, sammelt Bambu da unten das auf, oder eher weniger? Oder eher weniger? Gut, 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 schön konzentriert bleiben, Leute. Konzentration, wir schaffen das. Trage und Mexi, oder Lombard? Oh, sehr gut, der zieht Akro, das wusste ich nicht, das finde ich gut. Das finde ich nicht gut. Lass das, Beule, hallo? Hallo? Entschuldige. Ja, das fliegt ein Ding. Oh, das ist jetzt doof. Ja, ich will. Ah, Gott. Ach, du heilige Scheiße. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Können Sie mal bitte sich selbst angreifen oder so? Keine Ahnung, mach irgendwas. Aber lass mich doch in Ruhe. Oh mein... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Los, Bamboo. Sammle das Geld ein, mach irgendwas. Pfff. Rudi. Pass auf. Pass auf, mit wem du dich hier anlegst. Ja, leck mich doch im Arm. Was machen Sie? Hören Sie auf. Ah, Hilfe, Hilfe. Ich... Oh mein Gott, ich... Hallo, hallo. Bin ich schon tot? Noch nicht. Ich hab doch keine Ahnung, Leute. Oh, oh, der fang... Oh, doch nicht. Ah, ich dachte, ich hab's schon geschafft. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Oh. Ich gar nicht mehr. Boah, war das heftig. Alter Vater. Aber, ich hab's geschafft. Oh. Oh Gott. In der nächsten Folge geht's dann ab zu Muddy. Mit The Lost. Ich freu mich ja schon richtig auf Tainted Lost. Bis dahin sag ich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn's wieder halt The Binding of Ithegre Pantans. Bis dahin. Habt ne schöne Zeit. Gehabt euch wohl und ciao, ciao.